hallo leute er ab ich habe jetzt mal neue grafikkarte wie ihr seht okay das ruckelt gerade extrem mit der aufnahme naja ich und hier ist coole kuh naja oh nein hier ist hier 4, lauf! Zack ein ausgestaltet Junge mal nachladen gut du hast du halt vor und ich bleib hinten und da ist einer gestorben und ich entschuldige mich dass jetzt so lange zeit kein video kam aber naja hier habt ihr ja wieder eins zwei typen, nein ich hab schon drei typen getötet das ist ja keiner von mir ich glaube ich sollte während ich aufnehme nicht als sniper rushen zu spät bin unser letzter mann scheiße okay ich bin erster mit 4-0 und ich denke mal dass ich letzter benannt mittelfeld kacke von der granate getötet m m m m kursisten zentralisieren wir uns einen kurz es wird durch das nicht durch Mh Wo sind denn die... Scheiße, das war schon wieder abgekratzt, Alter. Dum. Da spiel ich mal mit der M16. Warum ist dein Klantek eigentlich das Idiot? Weil Kumpel vom Alter, der vom Alter. Oh, so. Boah, was hält der aus, Alter? Machen schon wieder auf der Satz immer heißen auch immer das doch mal runter nur mit mir die 2.000 die Südste jetzt auf die ich habe vorbeigeseitigt er ist so ohne Sinn wenn ich nicht aufnehmen läuft das mit 16 fachen anisotropischen Flüssiger wenn ich aufnehmen läuft es ohne Flüssiger ist ohne Sinn naja gut würde ich mal sagen aah boah wer hat mich noch weggeholt da ich habe sogar sein Kitschick beendet euch hier in die Map so wie Olli und um Dings hier und Fynn kommt von mir wir haben gestern die Map hier auf Hardcore gespielt Alter das geht ja gar nicht sein von Ping Oh 250 15 das erklärt um eine Hitmarker spiel ankommen von nachlangen ich habe durchgehend von Zirkus hat durchgehend 30 Prozent St die Niederlage der Gewerzer aus Echt Galt und mit dem zu das ist nur nur von wo im Sohn ja klar was gibt es denn noch schön wie wäre es mit G3 G3 gut kommt hier hier der Zielgericht das direkt nun ist der Fischer schon gut in der Zukunft wie auch nur schießt einfach irgendwo hin egal ich hab ich hab immer so sollen die so lange Kreuze und weil wir sehen zackig ausgeschaltet mit der Kuster ehrlich herrlich ein und ich bin tot ich bin da so ein bisschen nachgewässert er bei dieser Fingert zu werden okay kommen er hat ein Kampfgewehr ich hatte eine pp 2000 ich habe ausgeschaltet aber ich habe das ist der Wasser so ein bisschen eine Waffe das heißt ich BUD wieso stehst du ihn einfach nur so rum warte die F2000 ist gar nicht übel tack mit der M90 Headshot der war bei mir ja für mich sieht es gar nicht so ruhig aus ne der andere was ist denn der Feuerwehr natürlich und du tötest ihn oder was nein ich habe nicht getötet aber er nicht es ist ein bisschen was sie gewesen hat er hat worauf dass er war es ganz schön extrem und geht es in der tipp akkommit noch aus ganz einfach es wird ein paar Karte die Tür kaputt einer das russische hier ich bin das ein ich mag es nicht ganz egal muss sagen ausprobieren kann man sehen hier ist keine Sau und da kommt in einer Messer hat mich ey schon wieder dieser Finn Getsu ey der hat mich jetzt glaube ich schon zum 5 Mal oder so getötet also ich mich gerade richtig schlecht du sagst du bist schlecht, guck mal mich an aber da wirkt das Aufnehmen auch mit der Frame-Verlust wir nehmen doch selbst auf gut, wenn es jetzt mal ausnahmsweise nicht fängt Getsu Gott, mit so einem schlechten Ping kann ich immer kaum Snipern ich hab mein Geld tötet, oh Mann, Alter Gott, ich glitze für mich überm Boden durch den hohen Ping mir geht's eigentlich Mann Fing Getsu ey schon wieder mit so einer Auge Okay, die Aufnahme ist hier so ein bisschen fair, aber egal Meine Abonnenten wissen sowieso, dass ich nicht spielen kann Okay, der war nicht schlecht da wird er mit Handgranate das ist doch das scheint zu sein gut, der Ping ist schlimmer geworden was ist los, Junge was ist los, Alter, ich hab ihn noch getroffen ich, ja 37 Prozent, ja, 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 ja bleibt dann, bleibt dann mal da, bleibt dann mal, sterben wir nicht Ja, okay, mach schon, ja da hast du gesagt Nein Wo, von wo, meine Pistole, von wo, von wo Level 3 natürlich, natürlich Er hat mich auch gekriegt Oh Mann Oh Gott, ich bin nicht mehr jetzt, äh, shit So gut angefangen Jo, hoppen Gott, so ein Ping ist ganz schön beschissen Gott, ich bin schon wieder ein Doppelkimmel mit Handgranate Ja, natürlich, natürlich Du weißt, durch den hohen Ping bin ich zur Seite geglitscht, ne und konnte nicht mehr töten und dadurch habe ich so ein Headassist bekommen Oh, ich liebe dieses Spiel Jo, getubed Jo, getubed Booging ja ist ein bisschen Moni schild wie der und die hier einen Sagen herrlich haben ihn doch geneigt ich habe ihn doch geneigt immer noch was besagte er ja kommen schon wieder er findet jetzt so er nervt mich langsam ja auch wenn die so gut ist ich werde zumindest wird die war fast mit sich angetan treu da wäre ich von der mg-36 nahe ich war kurz davor zu entschärfen n n n n n n da kommt einer reihe n 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 da ich habe wieder so kitzig beendet erduke ist natürlich so viel Geld zu abgast das soll er echt verhauen die Drohne wurde getötet ja aber wir kommen mit dem Land der Westen damals in der Welt also wüsste ne von wo war gewonnen jawohl verloren nicht mehr so ein bisschen gehört doch für dieses Verhältnisse er hat euch gefallen und er hat da bis zum nächsten Mal bei die Ticklechmeister